Yo Leute, was geht hier? Zurück bei Depth. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Runde, neues Glück. Inzwischen sind ja doch wieder einige Folgen rausgekommen. Und ich muss sagen, Depth ist irgendwie so ein Spiel, was mir momentan mega Laune macht. Es ist eigentlich so simpel, aber es ist auch einfach so pornös. Und mich würde echt mal interessieren, wie viele Leute von euch inzwischen schon Depth zocken. Echt ein geiles Game. Also wenn ich das damals nicht von Dalu bekommen hätte, der hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dann hätte ich es wahrscheinlich nie gesehen. Obwohl vielleicht im Steam Sale, weil es war ja letztens auch im Steam Sale, da gab es es recht günstig. Und da hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber dieses Spielprinzip ist eigentlich so simpel, aber doch so genial. Warum ist da vorher keiner drauf gekommen, so weißer High-Style ein Spiel zuzumachen? So, wir dürfen als Mensch spielen. Warum wundert mich das nicht? So, ich bin direkt bereit. Ihr kennt meine Taktik ja, Leute. Und deswegen schauen wir mal, ob wir hier erfolgreich sein können mit dieser Taktik. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die Gegner für Haie nehmen, leider. Schade. Ah, die Haierunden sind immer so pornös. Vielleicht reiße ich jetzt ja auch mal wieder als Mensch ein bisschen was. Obwohl ich bin eigentlich von den Menschen, ich bin ja nicht schlecht als Mensch, das muss man schon sagen. Punktetechnisch bin ich immer vorne mit dabei. Ähm, ja. Bin gespannt. Bin gespannt. Auf dieser Map gibt es auf jeden Fall direkt hier gleich zack schräg unter uns ein paar Sachen. Und alle haben immer Knarren in der Hand. Nur der Grants, der hat keine. So, ich meine, genau, da hinten. Oh shit, die sind aber doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Ne, das riskiere ich mal lieber nicht. Ich riskiere die hier. So, und jetzt schnell zu Steve. Komm schon. Oh, da links sind schon die Haie gewesen gerade. Da ist er. Da ist er. Oh, ein Marco-Haie. Den kriege ich mit dem Messer. Und ich bin, wow, als Mensch den ersten Kill gemacht. Das habe ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich das noch nie geschafft habe. Na gut, egal. Oh, oh. Der kommt da gleich wieder durchgecrashed. Naja, lass ihn mal kommen. Oh, guck mal. Wow, er ist genau neben mir links. Schnell noch hier was abgeben. Da hinten ist er. Und da ist übrigens der andere. Das ist jetzt auch assi. Mein Kumpel hat seinen ganzen Loot verloren. Und ich bin mal so frei und liefere den hier ab bei Steve. Da hinten. Noch. Ein altes Relikt. Seiner längst vergangenen Zivilisation. Nein, ich habe nichts getrunken. Keine Sorge. Von wo kommen sie wohl? Ah, von rechts. Der Fighter hat sich da eingeschnappt. Interessant ist, die mich hier momentan noch so davon kommen lassen. Ich bin mal wieder hier. Der Mensch, der als letztes stirbt scheinbar. Da ist er. Mich kriegst du nicht. Na okay, jetzt war der mich. Ein großer Weißer war das, glaube ich. Oder war das der Tigerhai? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind die meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Deswegen holen wir uns erstmal das. Und dann halt erstmal keine Waffe. Oh, hier vorne direkt. Okay. Schnell zu Steve. Da vorne ist einer durchgecrashed. Dann kann ich ja theoretisch mal ein bisschen hier hinten abfarmen. Da ist einer bei mir. Da ist einer bei mir. Shit, ich muss zu Steve. Oh, komm schon. Yes. Okay, der war gut. Brauchen wir uns nicht. Da hinten. Hab ich. Okay. Oh Mann. Ich habe mich richtig weit schon rausgewagt. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Oh fuck. Steve geht schon ganz woanders hin. Hallo Steve. Da. Sie kommen. Oh. Mist. Hab ich ihn noch gehört. Schade. Zweite Mal haben sie mich erwischt. Aber ich dürfte mir jetzt eigentlich schon eine MG leisten können. Ich glaube, ich habe da schon die 2000 unten gesehen. Ja. Kann ich mir sogar schon. Sauber Reaktion von mir. Da ist er. Shit. Da draußen. Fuck. Ich höre die. Die sind hier irgendwo die Hackvögel. Ach. Über mir. Scheiße. Da ist er. Was? Der hätte ich aber schwören können, dass ich den gekriegt habe. Naja. Die Runde werden wir auf jeden Fall leider verlieren. Weil. Schaut euch mal an, wie viele Reinforcements wir nur noch haben. Ich behaupte jetzt einfach mal. Es hat nicht unbedingt an mir gelegen. Oh. Komm schon. Lad nach. Danke. Den Kumpel habe ich gerettet. Und. Jetzt könnte man mal eben. Komm schon. Wie soll ich das dann einsammeln? Danke. Kann man zumindest mal wieder ein paar Schätze. Die kommen schon wieder. Leute. Ne. Sorry. Aber. Meine Freunde hier. Spielen nicht gerade. Hashtag Pornös. Mäßig. Ist ein bisschen schade. Aber. Ja. Eine Kette. Ist ja auch nur so stark. Wie ihr schwächstes Glied. Ich habe jetzt schon wieder wen gerettet. Da ist er. Den haben wir auch. Brauchen wir nie. Scheiße. Danke. Danke. Da hat er mich gerettet. Bedankt. Da ist er in der Mine. Scheiße. Habe es noch gehört. Okay. Die andere Harpune werde ich mir nicht mehr leisten können. Ne. Ich hole mir mal das Radar. Das ist mal ein neues Item. Oh komm schon. Hilf mir. Oh Mann. Jetzt. Hat er ihn abgeknallt. Schade. Die Runde ist leider nicht so gut. Wow. Ah was. Wie viel hält der denn aus der Bengel. Oh Mann. Okay. Das war wirklich. Das war wirklich unnötig. Aber ich dachte. Das verstehe ich nicht. Ich dachte das Teil. Hä. Ich dachte das kann auch Haie anzeigen. Habe ich. Ne. Wurde mir geklaut der Frack. Das ist aber auch ein bisschen frech. Ah. Wahrscheinlich. Wow. Okay. Der kam unerwartet. Oh ne. Das war ein Gemetzel. Da haben die Haie uns richtig weggesnackt. Mal gespannt. Woran es gelegen hat. Oh. War das eine schwache Runde von uns. Ach. Hier ist der Wal übrigens. Jetzt sehe ich das. Krass. Ist schon geil gemacht wie der Wal da so hängt. Keine gute Runde. Oh. Schaut mal hier. Das Team hat ja gar nichts geschissen gekriegt. Boah. Die haben ja fast gar kein Geld eingesammelt. Ja. Das ist natürlich. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber. Leute. Ich hänge noch eine zweite Runde hinten dran. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Meine lieben Freunde. Schön dass ihr auch wieder mit dabei seid. Letzte Runde war nicht so gut. Das kann jetzt also die zweite Runde hier eigentlich nur besser werden. Nicht dass wir jetzt insbesondere schlecht gewesen wären. Aber meine Teammates. Die waren so ein bisschen. Sagen wir einfach mal retarded. Das war leider nicht so schön. Bleib bei meiner Taktik treu. Und ich bleibe Alejandro treu. Alejandro. Alejandro. Ale, Alejandro. Von wem war das nochmal? Lady Gaga? Ich weiß gerade gar nicht. Oder Shakira? Oh Gott. Keine Ahnung. Zum Glück geht die Runde los. Da kann ich mich dann wichtigeren Fragen annehmen. So. Wir werden heute unseren Tauchgang wieder mal zu diesem alten Schiffswrack. Da ist ein Schatz. Hier hinter nicht. Okay, ich werde probieren. Ah, den werde ich nicht kriegen. Weil jemand ist vor mir auf jeden Fall. Ach komm. Doch, habe ich noch bekommen. Steve. Warte auf mich. Oh. Oh, das hat nur 50 gebracht. Ich dachte immer, die bringen 100. Shit. Oh Mann. Wieso finde ich denn so wenig? Ich höre hier schon Haie. Also. Komm schon. Hilf mir jemand. Nein. Oh meine Schätze. Der Fighter ist wieder am Start. Oh nee. Shit. Gegen den habe ich gerade eben ja auch schon mal gespielt. Okay, komm. Ich habe genug für den Tauchscooter. Dann müssen wir uns den halt holen. Ich weiß halt nicht, ob der Fighter so gut ist oder ob mein Team halt einfach nur bescheuert war vorhin. Oder ob es eine gefährliche Mischung aus beiden Faktoren war. Er spielt auf jeden Fall mit diesem geilen Haifisch. Weißt du, was mich wundert? Oh fuck. Hier muss zu Steve. Weißt du, was mich wundert? Dass der so schnell wieder ein Spiel gefunden hat, obwohl er als High spawnen wollte. Weil wenn ich das mache, sagt das Spiel immer Grants. Nö. Du wärst jetzt aber kein High, Grants. 850. Sauber. Soll ich es mal riskieren? Muni genommen. Oh. Schön viele Schätze. Ich will jetzt zu Steven schnell. Zu Steve, Entschuldigung. Steve, ich will dich nicht beleidigen damit, dass ich Steven sag. Ich wusste es einfach nur nicht besser. Oh oh. Der ist bei mir, oder? Ne, der ist in die Mine. Okay, umso besser. Der ist doch hier irgendwo. Erzähl doch nichts. Da ist er. Wir sehen die... Wow, den kriege ich. Ist da noch einer? Yo. Da war noch einer. Die Reinforcements sehen wieder so böse aus. Ich muss auf jeden Fall jetzt direkt auf eine Waffe gehen. Okay, der gute Peilsender. Nein. Wieso? Okay, sauber. Sauber, sauber, sauber. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Schätze, Schätze, Schätze. Leute. Oh, hinter mir. Leute, Hilfe, Hilfe. Ah, Felken. Shit, okay. Es sieht aber nicht so schlecht aus mit den Reinforcements. Ich hole mir mal eine Sonarboje. Ich habe es jetzt extra mal Sonarboje genannt, weil manche Leute mich da doch schon zehnmal darauf hingewiesen haben, dass ich immer Sojabohje sage. Sojabohne. Ist ja nur ein Joke, Leute. Bleibt mal locker. Locker durch die Hose atmen. Nicht alles so ernst nehmen. Boah, so viele Sonarbojen. Und keine Haie in der Nähe. Und warum ist der eine da so weit wieder weg? Ich hoffe, der hat den Scooter. Die kommen gleich. Da kommen sie von rechts. Oder war es nur einer? Scheiße, die Wandern, ey. Das Level ist... Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Das Level ist immer verflucht dunkel. Ah, okay. Erstmal wieder Einstieg direkt. Da sind zwei. Ich nehme mal die Waffe in die Hand. Was? Der geht erstmal auf Jagd. Oh, oh. Schnell zu Steve. Ich werde verfolgt, glaube ich. Da oben ist er durchgebrochen. Boah, ist das spannend. Äh. Es ist jetzt momentan so, dass die zwar noch mehr Reinforcements haben. Hallo, Leute, Leute. Keiner hilft. Aber wir haben gleich schon die Hälfte der Map hinter uns. Boah, ich brauche noch so verdammt viele Asche. Okay, ich glaube nicht, dass ich hier Max Equip rausbekommen kann. Den habe ich. Oh, komm schon. Den würde ich noch gerne einmal anschießen. Der Fighter. Makes me that much stronger. Thanks for making me fighter. Sauber. Die haben wir richtig massakriert. So, wo sind jetzt Schätze? Hier. Sind die bei mir? Oh, fuck, Steve. Äh. Wow. Wow. Schnell zu Steve. Oh, Gott. Ich habe irgendwie meine Items hier noch hergebracht. Ey, frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Wow. Und wie ich dem entkommen bin. Frag mich irgendwas leichteres. Frag mich, wie die Relativitätstheorie funktioniert. Aber frag mich nicht, wie ich dem gerade entkommen konnte. Unglaublich. Unglaublich. Der kommt hier doch gleich. Also, es sieht von den Reinforcements her für die besser aus. Was aber überhaupt nicht besser aussieht, der lauert da, ist, dass wir gleich schon, äh, das letzte Dingens... Oh, sauber. Danke. Hab ihn. Da ist noch einer. Komm schon. Der Marco-Ei. Den kriegen wir. Ja, baby. Ich bin bereit für die Liebe. Ah, egal. Keine Schätzungen. Scheiß drauf. Ich brauche aber Muni bald. Leute, bleibt schön. Bleibt schön beisammen. Da kommt er, oder? War da links nicht? Gott, ich seh schon Halluzinationen. Da ist er. Ah, ich bin ihm noch ausgewichen. Komm schon, Messer, die Bitch. Scheiß, die wandern. Hab ich vielleicht aber genug Credits für... Yeah. Geil, Leute. Die dicke Ausrüstung am Start. So, wir gehen jetzt schon zurück zum Boot. Das kann Spaß werden. Schade. Keine Sicherheit mehr. Oh, danke. Sauber. Da weiß jemand, wie man seinen Rückzug deckt. Wo sind die dreckigen Schlampen? Sorry, Hi, Fische. Aber ich hab euch heute nicht so lieb. Hab euch nur lieb, wenn ich selber Hi spiele. Wo ist der hin? Shit, der hat Steve gerammt. Muss nachladen. Leute, habt ihr mich im Visier? Seht ihr, wo ich bin? Ja, ne? Komm schon. Ah, Mist. Aber es könnte gut sein, dass wir es schaffen, Freunde. Es könnte gut sein. Ey, ich hol mir ein paar Minen. Oh, da war er. Shit, die Idioten. Das sind gar nicht mal so blöd. Die greifen Steve immer an, dass wir nicht weiter vorwärts kommen können. Ah, ne. Das war jetzt nicht. Shit. Ich muss zu meinem Team. Ah, ich wusste es. Komm schon, Hilfe. Oh, Mann. Und jetzt passt auf, dass sie... Die haben schon wieder Steve gerammt. Wir müssen aufpassen, dass sie Steve nicht rammen. Richtig gute Taktik von denen. Was ist das hier für ein Match? Da ist einer down. Hat aber Steve noch gerammt. Komm schon. Die müssen wir gekillt kriegen. Steve fährt wieder, Freunde. Komm schon wieder Steve gerammt. Boah, lecko mio am Sacko. Da ist er doch hinter gewesen, grad. Marco down. Oh. Wow. Boah, dreimal ausgewichen. Okay, Steve fährt weiter, Freunde. Wo kommt der denn so schnell wieder her? Ich krieg die Pimpernellen. Letzter Reinforcement wahrscheinlich für mich. Wo sind die? Hab ich. Was? Dass die immer die Harpune überleben. Hab ich. Da war er schon wieder. Hä. Die setzen alles dran, Steve zu kriegen. Oh, shit. Okay, das war's. Damit haben wir wahrscheinlich verloren, ja. Oh, war das eine spannende Runde, meine Lieben. Ich hab die Dominanz hier. War immer wieder der Beste im Team, aber auch mit Abstand wieder das meiste Geld für mein Team zusammengesammelt. Schade eigentlich, dass wir es nicht geschafft haben. Doppelkill, Spielverderber, Financier. Fünf Rache-Kills. Ja, was will man machen, Leute? War auf jeden Fall eine lustige Runde. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns in-game. Haut rein. Überleben. Vielen Dank.